Okay, haben wir jetzt die Waffen oder was? Ich glaube gleich. Jasmin? Leo? Du bist gut? Ich bin gut. Wer ist dieser Mann? Keine Angst, er ist mit mir. Oh, er ist mit dir. Ja. Ich bin Vincent. Oh, hallo, Vincent. Wie schön dich kennenzulernen. Du bist ein fucking Idiot. Was? Warum gehst du deine ganze Familie nächsten Mal? Ich bin weg. Hey, was ist mit dir? Was ist mit mir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Du denkst, ich habe hier Eis-Creme verkauft? Hör, ich habe dir gesagt, ich mache nichts mit anderen. Und dieser Mann? Er sieht wie ein Stranger zu mir. Hast du ein Problem mit mir? Ja, ich habe ein Problem mit dir. Hast du ein Problem mit mir? Ich glaube jetzt tutest du wirklich. Ich gehe dazwischen da. Pfff. Ah, nee. Okay. Scheiße. Ich dachte sie knallt dich ab. Ich hatte gehofft. Hier geht's. Wozu? Wer mit dieser Mann? Wir gingen diese Räume raus und wir liegen dort nicht weiter. Okay? Was ist mit mir? Das sind die Waffen. Waffe auswählen ohne dich, Moni. Such dir eigentlich eine Waffe aus. Achso, was kannst du machen, Moni, Freund? Ich hab die genommen. Oh, schade. M-16, der erste Feuer-Assult-Rifle. Die Jungs und Namm benutzen diese. Gibt es ein guter Platz für eine Target-Praktik hier? Versuch auf diese leeren Häusern. Das sollte den Trick machen. Eine gute Idee. Mal sehen, welchen Schmerz dieser Schmerz kann. Mit einer andere Waffe. Uh, also die hier macht ordentlich Schaden. Ja, die sieht gut aus. Ah, die finde ich gut. Das ist genau meine Waffe. Soll ich die Waffen nach hier mal einen Shootern? Gut, wir können auch Flaschen werfen, habe ich gesehen. Sollt man spielst du Shootern. Moni, guck mal. Ich habe Saints Row gespielt, was dich daran erinnerst. Ja gut, aber das ist kein Shooter. Oh, wir können die Dinge machen. Wir haben gespielt. Könntest du aufhören? Ich kann hier irgendwas machen. Ich kann mich hier ducken. Ah, das hier. Oh, schade. Bin ich offen noch. Ich probiere eine andere. Die finde ich gut. Schade ist ja nicht so meins, was mit dem Gewehr. Ah, die M14. Sie packt ziemlich einen Schmerz aus allen Ranges. Ah, ein Sniper, oder? Was habe ich für eine? Du hast... Du hast dich halt grob in die Richtung. Irgendwas trifft schon. Ah, das sind die Flaschen. Ich habe gerade eine Flasche über deine Schulter hinweg. Zerstört. Ich mache viele Schüsse und... Irgendeiner trifft halt. Meint, dachte ich. Hey! Munition haben wir genügt, oder? Es ist ein Story-Game unbegrenzt. Ich gucke mal aus welcher Distanz das maximal geht. Oh, das sind ein paar Flaschen. Ja, ich weiß. Ich kann leider nicht drauf schießen. Das ist mein Kraft. Ich glaube, wir haben unsere Waffen, oder? Ja. Du bist so der... Ich halte in die Richtung und drücke ab. Ja. Gehe wie immer auf die Sniper und Kopfschüsse. Irgendwie scheint. Ich bin Wertschüfte hier. Von rechts nach links zu uns durch. 100 Schuss und einmal los. Ja. Oh, da hinten ist noch ein Haus. Können wir da hin? Die anderen Waffen lassen wir liegen. Äh, ja. Hier hinten ist ein Haus. Ist das auch so ein verlassenes Ding? Das ist ein Übungshaus. Ich könnte es einreißen. Kannst versuchen. Schau mal hier. Ich kann die Wände einreißen. Ich bin färmer. Die Wand hier. Na gut. Ich probier noch die... Ich probier noch die Shotgun aus. Schöne Leitrichia. Schöne Leitrichia. Oh. Mimmst du doch die Shotgun? Hm? Nimmst du doch die Shotgun? Nein, ich nehm doch die an... Ich nehm definitiv die andere. Okay. Ich hab meine Waffe. Auf geht's. Nimmst du die Sniper? Das ist das Präzisionsgewehr, ja. Wir haben also unsere Waffen gewählt. Wenn du wüsstest, Modi. Ja, ich nehm die Waffe, die mir am meisten Spaß macht. Ich hätte auch die Shotgun nehmen können. Wenn du wüsstest, was das später entscheidet. Ja. Vermutlich, ob du mich umbringst, oder nicht? Na, schau. Wenn ich raten wüsste. Ich mein, mit dem Ding... Woher ist halt grob in die Richtung? Wenn da jemand getroffen wird, dann ist er halt getroffen. Hey, es ist mir. Ich hab ein paar Informationen über Leo. Oha. Okay. Du wüsstest du, wo er ist? Ich hab ihn mir jetzt noch mal gesehen. Ich hab ihn mir dann. Gib mir seine Liegung. Sicher, aber es wird's kosten. Don't worry. Just sag mal, wo er ist. Du wüsstest. Du wüsstest. Gut. Gut. Ich hab dich noch mal gesehen. Hey, das ist schwer. Du hast es? Ja, Boss. Das glaube ich deine Frau. Da wird jemand die Fahrt sein. Da wird jemand die Fahrt sein. Das glaube ich. Hey, kannst du bei dem Telefonkontrollen? Hast du sicher, dass du uns ein Flugzeug holst? Ich hoffe, dass du. Ja, ich auch, Mann. Ich will nicht nach Mexiko gehen. Ja. Na, da ist dein Telefon. Ja. Ich schaue um. Sicher, dass du uns diesen Flugzeug holst. Hallo, kann ich dir mit etwas helfen? Ja, ich brauche ein paar Veränderungen, um eine Telefonkontrolle zu machen. Ja, ich brauche. Du musst erst etwas kaufen. Alles klar. Was empfiehlst du? Jesus, Mann. Du bist ein Müll. Was willst du denn, Mann? Nein, Mann. Lass mich alleine. Du bist ein Müll. Wie war es? Du weißt, da oben. Was? Vietnam? Ja. War es so schlecht, wie sie sagen? Es ist schwer. Wettbewerb, Mann. Bitte, lass mich nicht anfangen. Ich will. Well, hallo da, Handsome. Du sprachst mit einem Freund. Es war nur meine Glückwunsch. Schön, dass du jemanden, der für ihre Arbeit ist interessiert. Was bedeutet das? Ich arbeite nicht. Du bist nicht? Nein, ich bergele, ich bin nur... Ich gehe auf. Alles klar. Ich werde dich allein. Gut, dass du dir. Danke. Das ist eine schöne Nacht, oder? Es ist sicher. Das ist nicht so, wie es aussieht. Das ist richtig. Es sieht nicht aus wie nichts. Gut, weil es nicht. Nein, du bist nur bein. Ja, das ist richtig. So, uh, eine gute Nacht. Danke. Ich will nicht sein, Papa. Was ist die, die du kaputt... die du angemacht hast? Ist sie, die du kaputt... die du angemacht hast? Ja, natürlich ist sie. Nein, du schlappst mit meinem besten Freund. Ist das wahr? Hey, was hast du für ein Pack von Smokes hier? Ich kaufe ein paar Skippen. Entschuldigung, du bist auf deinem eigenen. Vielen Dank. 36 Cent für ein löser Pack von Smokes? Bist du ernsthaft? Ja. Der Preis hat 36 Cent für die letzten 2 Jahre. Wo hast du? Ich war schon. Ich habe einfach keine Zigaretten gekauft, das ist alles. Nun, wirst du etwas kaufen oder was? Nein, ich bin gut. Du bist vorbeigelaufen. So sonst gibt es ja nichts. Ja. Eine von den, du kannst diese aber nicht ausmachen. Ich habe bei dir geguckt. Schade. Ich buche uns den Flug. Mach du mal. Ich bin hier Vincent. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Schalte. Ich muss irgendwo fliegen. Äh, morgen bist du irgendwo auf dem Weg gestorben. Kannst du das funktionieren? Okay, großartig. Ja. Ich bin genau dort, wo die Kamera gerade hin zeigt. Ja. Ich stehe genau dort. Warum das nicht funktioniert, ist mein Rätsel. Bei mir im Wohlwahn kannst du da daneben stehen. Okay, ja. Okay, okay. Danke. Oh Gott, ich weiß, was da jetzt kommt. Aha, weißt du das? Ja, daran erinnere ich mich. Ich nicht mehr. Was, was du sagst? Bist du okay? Ich bin okay. Aber ich muss jetzt irgendwo sein. Hey, du kannst nicht einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas hat passiert und ich muss da sein. Okay? Oh, okay. Ich glaube, ich weiß auch, worum es geht. Wir kommen zu weit, um zurück zu gehen. Du musst mit mir sprechen. Sag mir, was passiert in deinem Kopf. Talk mit mir! Ah, Mann. Morgen. Ich glaube, wir kriegen Probleme. Der hat weder einen Bart. noch sieht aus, als hätte er eine Glatze. also ist er nicht der beste er ist wirklich der beste nein schickt unseren besten mann erschießt so wie die sturmtruppen aber er ist leider trotzdem der beste wenn er der beste wäre werden wir tot wie gesagt er ist wahrscheinlich der beste aber der beste ist halt nicht gut die haben halt keine alternative ist ihr bester muss man die tür verschließen hier ich muss erst mal zu dir rüberkommen ich bin hinter dir hier die tür muss den schrank dorthin bewegen verdammt er kommt hier gleich durch ist ja gut ich habe schon alles vorbereitet jetzt sparen wir viel zeit erst der beste kommt einfach hoch hin zu schießen ja er ist der beste aber der beste ist halt trotzdem nicht gut hey warum du musst mich schieben dann rennen ist ja romantisch ich lasse den seil runter und ich hebe dich hoch er hat eine aktive zu benutzt er sie nicht zum packen was dumm ist ja ist der beste mann der beste mann ja weiß nicht erst heißt nicht dass er gut ist er ist nicht der beste er ist der beste sie sich leisten können wo die hat man nicht waffen hat man nicht die kadonen die man benutzen können oder als ob die ob wir die immer dabei haben damit hätten wir jetzt von hier oben abgeknallt können habe ich sogar zwei pistolen ja was soll na ja komm ja dann lauf is lauf überwältigen ich brauche deine Unterstützung es sah gerade aus als hätte ich dir beim Landen die Eier zertrümmert du hast schon Kate du brauchst sie nicht mehr wie war das der beste Mann ja besiegt von einem Stück Theater sein ja nehmen wir wenigstens die Waffe mit nö wir haben doch schon Waffen nur zu Schalldämpfer schau ich weiß nicht was passiert ist mit dir aber wir müssen zu Ende was wir angefangen haben Harvey wird immer so weiter senden wenn er nur solche Typen hat wenn das sein bester Mann war habe ich keine Sorgen ich meine das war jetzt nicht gerade der Dinos Batman Alchem Origins ich bin glücklich ich bin glücklich es ist es ist wirklich kompliziert zwischen mir und meiner Frau ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin glücklich es ist Gute Idee, wir sollten auf der Flucht vor der Polizei in dein Krankenhaus gehen. Stimmt, ne gute Idee. Alles klar, dann. Lass uns gehen. Und die gehen erstmal mit den Nachbarskindern shoppen. Das ist... Weil ich mich auch hier facepointe, dass es weh tat. Das ist... Wir gehen dir einfach shoppen in der Stadt. Was für ein Wunder, wir wollen entdeckt. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass es ist. Was ist denn, Mann? Was ist das Problem mit dir und deiner Frau? Schau. Carol ist die Liebe meiner Leben. Wir wollten immer ein Kind haben. Wir haben versucht, seit Jahren. Every time, wenn wir uns verabschieden. Es war so, dass ein Teil von uns sterben. Und wenn es endlich passiert, der Tag, wenn wir herausfinden, wir haben nie so glücklich. Dann... Alles ging in die Hölle. Und ich endete in der Kirche. Dann... Ja... Sind wir jetzt endlich wirklich in dem Flugzeug gelöst. Das ist nur so eine Zwischensequenz. Das ist eine Zwischensequenz. Ich glaube erst mal das Krankenhaus. Ach so. Ich glaube irgendwann können wir... Es hätte jetzt noch zwei Kapitel sein. Und dann Finale. Ich weiß, dass wir irgendwann wirklich in das Flugzeug einsteigen. Und wirklich damit fliegen. Ja, es muss dann die... Danach sein. Ich würde... Ich würde sagen, hier machen wir noch eine Sache. Und dann... Können wir eigentlich... Wie viel Uhr haben wir? Wollen wir das Krankenhaus noch schauen? Ja, das war... Wir haben es jetzt 20 Uhr. Machen wir das Krankenhaus noch, oder? Ich möchte eine spezifische Sache hier im Krankenhaus machen. Ich weiß, was du machen willst. Ja... Können wir uns noch eine Stunde mit beschäftigen? Ich bin... Ich glaube, der ist ein bisschen erwarteter Typ. Bist du okay? Hey, Vincent. Wir machen es sehr einfach. Die Doktor sagen, ich bin senile. Das ist nur eine fancy Art, zu sagen... Ich dachte, du wolltest deine Frau treffen. Ha! Das ist genau das, was ich sage. Du hast einen schönen Tag. Mom... Ich warte mal hier. Das schreckt mich. Ich habe einen alten Mann belästigt. Ja... Ich gebe ihm mal ein Rat, dem kleinen Kind. Hier gibt es ein paar Tipps. Wenn der Doktor dich tut... ... einfach ihn in den Gesicht. Hey! Oh, Entschuldigung. Nicht ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du solltest zu deinem Frau hören. Dein Arm ist nicht verbrannt. Oh! Am ich sehen, doppel? Oder sind du zwei Twins? Wir sind Twins. Wir sind Twins. Fingere. Einfach ein gemeinsames Sinn. Danke. Du bist jetzt jetzt... ... weil er es sagt, ... du bist komplett identisch. Das ist richtig. Hey! Das ist gruselig. Das ist gruselig. Moody, komm mal rüber zu mir. Hier geht was gruseliges ab. Ja, ich seh's. Hier geht was gruseliges ab. Ja, ich seh's. Rede mal mit dem Typen mit dem gebrochenen, nicht gebrochenen Arm. Hier ist was gruseliges. Die sprechen gleichzeitig... Die gleichzeitig sprechen sind gruselig. Hey, Mann. Ich weiß, ich kenne nicht verrückt. Aber ich bin... Ich bin wirklich... Und warum sagst du mir das? Weil niemand mir glaubt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie denken, ich mache Dinge... ... mit allen. Na ja, bist du? Was ist mit dir? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du solltest es stoppen. Warum würde ich es faken? Ganz einfach. Sicherheitsgeld natürlich. F*** dich. Du solltest dich entschuldigen, bevor ich dir eine echte Schmerzen fühle. Du verstehst das? Ja. Ja. Lass mich allein. Ja. Es ist die dritte Mal in sechs Wochen. Sie sagt, ich bin zu alt, um zu drehen. Sie sagt, ich bin zu alt, um zu drehen. Ja, ich glaube, mein Arm ist zerbrochen. Nein, es ist nicht. Warum kannst du nicht mehr verstehen? Ich versuche. Nein, du bist nicht. Du schlägst, dass ich schlägst. Ja, weil du bist. Ich kann nur nicht helfen, dass ich schlägst. Nein, ich bin 81. 89. Oh mein Gott. 89? Sorry, aber es scheint mir zu sagen, dass du das nur benutztest. Sir, mit deinem Respekt, wir haben eine private Gespräche. Oh? Du stellst das eine Gespräche? Oh mein Gott, danke. Keine Probleme. Wait, du bist jetzt auf seinem Seite? Ha 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 ha. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Du bist? Ja. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber du musst definitiv weg von mir bleiben. Was ist falsch mit dir? Ich bin verrückt. Und es ist für real, diese Zeit. Was meinst du? Es war nicht real, die letzte Zeit? Nein, nein, nein. Ich war glücklich, die letzte Zeit. Aber diese Zeit, es ist definitiv eine reale Krankheit. Und ich muss wirklich einen Doktor sehen. Oder einen Therapisten, Mann. Du bist ja scheinbar der Netto und ich bin der Böse. Du bist ja scheinbar der Netto und ich bin der Böse. Ich will dir nur helfen. Trump wird dir ein Spiel geben. Will ich? Will ich ein Spiel? Fahr-Krash? Sind Sie alle okay? Ich bin sicher, dass sie werden. Ja, ja, ja. Wir sind beide gut. Sobald er erkennt, dass er nicht hinter dem Rücken sein sollte, wird er gut sein. Du solltest zu ihr, alte Mann. Ich denke, sie hat einen Punkt. Mein Freund hat einen Punkt. Ah, ja, ja. Okay, das wird einen Punkt verletzter. Wir müssen ein bisschen nach vegetarianen. Dannfelsong, Stefan. Ich werde einen Punkt verletzen. Bei dir sind sie nicht gruselig, das ist klar. Ja, du bist. Diese Säume sind so wunderschön. Ich weiß, das ist ziemlich direkt voran zu mir. Oh, hallo. Sind Sie mein Doktor? Hey Mann, schau dich! Könntest du sehen, dass ich hier in Schmerz bin? Was ist dein Problem? Ich habe keine Ahnung, dass du dich in Schmerz bist. Ich habe keine Ahnung, dass du dich in Schmerz bist. Was macht dich, ich bin dein Doktor? Nun, wieso nicht? Nein, aber ich nehme es als Kompliment. Dann, wo ist mein Doktor? Ich weiß nicht, aber du musst ihn finden und schnell. Ich werde arbeiten. Ich glaube, du bekommst einen schönen Betrag von mir. Hey, was sagst du? Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? Thank you. Leben